Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 19. August. Heute haben wir dabei Google Play Store, YouTube Originals, Pokémon Go, Tesla Solar und Huawei. Beginnen tun wir mit Google. Die haben jetzt großen Frühjahrsputz gemacht. Also wir haben zwar Sommer, aber man sagt ja so schönen Frühjahrsputz. Frühjahrsputz, denn im Google Play Store wurden jetzt 85 Apps entfernt. Darunter auch ein paar populäre Foto- und Gaming-Apps, die bislang sogar 8 Millionen Mal schon runtergeladen und installiert wurden. Und warum ist das passiert? Weil diese Apps nämlich eine lästige Adware drauf hatten und die heißt Android OS Hidden Art HRXH. Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls ist die wohl extremst lästig, weil sobald man das Smartphone dann entsperrt, zwingen einen dieses Programm, diese Adware, teils 5-minütige Werbeanzeigen auf. Und ja, das ist natürlich nicht schön und das wollte Google auch nicht mehr akzeptieren. Deswegen sind jetzt eben 85 Apps erstmal weg und ich vermute mal, ein paar werden sich dann updaten und auch wieder auftauchen. Bleiben wir mal im Hause Google. YouTube, die haben ja auch YouTube Originals. Das sind eigenständige Serien und Filme, die extra für YouTube produziert worden sind. Und diese konnten bislang nur geguckt werden, wenn man YouTube Premium Abonnent war. Sprich, die YouTube Variante, wo man auch keine Werbung hat, die wird halt durch die Originals auch nochmal ein bisschen aufgewertet. Und da ändert sich jetzt was, denn die YouTube Originals sollen allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Sprich, also auch ganz normalen YouTube Guckern, die nichts zahlen. Allerdings mit ein paar Einschränkungen. Die Premium Kunden haben immer noch direkten Zugriff auf beispielsweise alle Serienfolgen, wohingegen im normalen Bereich dann erst nacheinander diverse Folgen freigeschaltet werden. Natürlich haben dann die Freien auch Werbung drin, die Premium eben nicht. Und Premium hat auch noch so ein bisschen Bonusmaterial drumherum um die Serien und die Filme. Finde ich auf jeden Fall einen guten Weg, denn da sind auch ein paar schöne Originals dabei, die ansonsten leider wahrscheinlich nicht so vielen Leuten geguckt werden konnten. Pokémon Go, ich spiele es ja immer noch. Und ja, Niantic, die Hersteller von Pokémon Go, testen ab und zu auch neue Features. Und das machen sie wohl derzeit wieder in Australien und Neuseeland. Denn dort ist das Adventure Sync V2 aufgetaucht. Adventure Sync ist eine Funktion, die letztes Jahr eingeführt worden ist, wo der Pokémon Go das Telefon ausliest, die Aktivitätsdaten und die App muss entsprechend nicht laufen. Also Pokémon Go kann zu bleiben, aber wenn man startet, liest es aus, wie aktiv man gewesen ist, wie weit man gelaufen ist und die Daten gehen dann in Pokémon Go rein. Und so kann man beispielsweise Eier ausbrüten. Ja, schönes Feature. Und das wird jetzt ein bisschen aufgebohrt, indem jetzt auch, wenn die Pokémon Go App zu ist, trotz allem geguckt wird, wo eventuell Pokémons sind, die man noch nicht hat. Seltene Pokémons auftauchen. Und dann bekommt man da entsprechend eine Nachricht, ohne dass die App laufen muss. Finde ich gut. Ich freue mich drauf, wenn ihr Pokémon Go spielt, vielleicht auch. Und keine Woche ohne die Tesla News. Tesla, beziehungsweise Elon Musk, ist wieder auf Twitter unterwegs gewesen und hat Neuigkeiten verkündet. Und diesmal zu Tesla Solar. Das sind die Solaranlagen, die Tesla auf den Häusern unter anderem installieren möchte. Und da gibt es jetzt ein gutes, tolles Mietprogramm, was wohl seinesgleichen sucht in Sachen Preis. Also man kann wohl kleine Installationen schon für 65 Dollar im Monat mieten und größere für 195 Dollar. Und muss auch keine Anzahlung machen, beziehungsweise es gibt wohl eine 100 Dollar Anzahlung, die man auch komplett wieder zurückkriegt. Aber eben nicht so entsprechend große wie bei anderen Herstellern. Und man kann das wohl auch monatlich kündigen. Allerdings fallen dann 1500 Dollar an Gebühren an, die Tesla Charge, weil das ganze Zeug ja auch wieder abgebaut werden muss. Und das finde ich halt auch fair. Klingt nach einem guten Programm. Und ja, da drücke ich mal die Daumen, dass das klappt. Und letzte News für heute. Huawei, die haben ja von den USA einen Bann bekommen und sollten ja eigentlich verschwinden. Und keiner durfte mal mit denen arbeiten und einen riesen Aufschrei, was ist mit den ganzen Smartphones, mit Android, bekommen die noch Updates. Und was war? Es gab eine Verlängerung bis zum August. Und die wird jetzt nochmal verlängert um 90 Tage. Sprich mehr oder weniger fast bis zum Ende des Jahres kann man da sicher sein, dass Huawei noch Updates ausliefern kann. Und vermutlich wird das dann vielleicht sogar nochmal verlängert. Und das Ganze ist nur eine Methode, um mit China zu verhandeln und so ein bisschen Geben und Nehmen anzuregen. Also wenn ihr Huawei-Smartphones habt, habt ihr da auf jeden Fall noch Glück erst mal. Und warten wir mal ab, was da sonst noch so alles passiert. Jo, und das war es dann auch schon für den Start in die Woche. Kommt gut rein, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.